Im Jahr 1945 endete der Zweite Weltkrieg, der größte und schlimmste Krieg, den es je gab. Viele der beteiligten Länder, auch Deutschland, lagen danach in Schutt und Asche. Kurz danach schlossen sich viele Länder der Welt zu den Vereinten Nationen zusammen. Ziel war es, in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten und so in Zukunft auch den Frieden zu sichern. Um die vom Krieg zerstörten Länder wieder aufzubauen, gründeten sie auch die Weltbank. Die wenig oder gar nicht zerstörten Länder zahlten Geld ein, das sie dann an die am stärksten zerstörten Länder für den Wiederaufbau verliehen. Das nutzte auch den Ländern, die Geld gaben, denn so konnten sie bald wieder mit den anderen Ländern Handel treiben und zum Beispiel Waren an sie verkaufen. Auch heute noch verleiht die Weltbank Geld an Länder, die in Kriegen zerstört werden oder aber auch unter Dürren oder Naturkatastrophen leiden oder in denen es nicht genug Schulen gibt. Oft wird an der Weltbank kritisiert, dass sie vor allem dann Geld gibt, wenn es den Ländern nutzt, die das Geld einzahlen. Aber seit einiger Zeit achtet die Weltbank mehr darauf, dass das Geld für Dinge benutzt wird, die die Menschen dort wirklich brauchen und auch der Umweltschutz berücksichtigt wird.